Hallo und willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Nein, ähm, Leute, ich wollte ein kurzes Infovideo rausholen, weil a, ähm, Livestream geplant ist und b, ähm, beim Freund und b, eben, dass ich ein bisschen krank war und deswegen dieses Wochenende kein Video kam. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm, aber gut, ähm, nämlich am Samstag, den 5. April um 20 Uhr gibt's einen Livestream von Manuel W., von meinem Kumpel, wo ich auch mit dabei bin und den sagt man er P. und ich würde euch sehr, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da mal einschalten würdet am 20., ähm, am 5. um 20 Uhr, äh, würde ich mich richtig drüber freuen und ja, na dann, wir sehen uns, ciao!